Geil! 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 Es fällt... Und... Ah! Lecker! Eines Freund? Heute werde ich nur Deutsch sprechen für 25 Stunden. Ich hoffe, ich kann das schaffen. Guten Morgen! Ich habe einen Freund. Heißt die mir? Das ist ein bisschen zu viel Lied. Spracherlied und ich liebe Lied, aber das ist zu viel. Und ich habe dabei eine Freundin, die auch ein bisschen Deutsch sprechen kann. Ich bin Lea. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin glücklich und... Mmmmm... Nicht müde. Wir haben so viel Energie. Weil heute ist so schön draußen. So schön! So viel Sonne! Es sieht so warm aus. Genau. Geil! Ich kann nicht geil sagen. Und ich fühle mich wie ich führe doof aus. Ich liebe... Ich liebe... Die... Worte... Geil. Ich auch. Das Menschen sagt geil. Geil! 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 Okay, wir essen jetzt. Und dann arbeiten wir für ein bisschen. Und dann werden wir sehen, was wir wollen zu heute machen. Heute? Ja. Wir sehen... Meine Freundin. Oh stimmt. Wir gehen raus heute. In die Zone. In die Zone. In die Zone. Ja, 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 ja. Mmmmm... Lecker! Mmmmm... Lecker! Es ist schon sehr schwer zu Neudeutsch sprechen. Weil ich fühle mich... Wir können nicht so close sein. Wenn ich Deutsch spreche... Nein! Es ist schwer! Nein, wir sind... Guse, guse, kloos, sage dir. Guse, warte, kloos! Egal welche Sprache wir sprechen. Du sprach Deutsch sehr, sehr gut. Danke schön. C2. C... C2. 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 C2? C2. Oh nein. Ja, ja. Du sprach durch C2. Ich sprach durch C2. Wir sind C2! Das ist Nativ. Nativ? Das ist nicht für uns. Und ich fühle mich auch schön. Ich bin... A1.1. Ich bin... Ich weiß es nicht. B2? B1 vielleicht. B2 ist zu viel. Nein. Ich weiß... Wir wissen... Wir wissen gar nichts. Wir wissen gar nichts. Wir haben unser eigenes Akzent für Deutsch. Es ist wie in Anja Deutsch. Ja? Ja. 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 Genau. Schön wunderbar. Und du magst die Club? Tech Club? Ja, ich mag Techno. Magst du Techno? Ja. Indie Club. Nur in die Club. Denn der Club... Das ist wenn Deutsch schwer ist. Ist es nur in den Club? Dem Club? Der Club? Das Club? Ich kann es nicht machen. Warum? Warum denn das? Warum? Warum? Ich weiß es nicht was es ist. Ich sage nur was... Fühlt wichtig für mich. Ja, okay. Aber du kannst sehr gut Deutsch. Ah, nein, nein, nein. Ich kann nicht sehr gut Deutsch. Es hat Jahre für mich gedauert. Bis ich könnte einfach sagen, dass du sagst. Ich könnte nur... Ich heiße Anja sagen. Aber ich habe keine Angst. Wir müssen keine Angst haben. Einfach sagen was du willst. Ich habe keine Angst. Angst. Ich habe keine Angst. Du kannst alles tun wenn du keine Angst hast. Ja, du machst. Komm. Ja. Schön. Genau. Ja. Quick English interruption. A way that I've built up my self-esteem and habits so that I could focus on something like learning a new language has been from the support that I've received from therapy over the years. So thank you BetterHelp for sponsoring today's video. I'm always talking about mental health that is so important to focus on. You deserve to live a satisfying and healthy life. If you think you're struggling with feelings of depression, anxiety, panic, too much stress, therapy could be a really good option to help you and BetterHelp is a great way to get that therapy. BetterHelp is a more affordable option than traditional online therapy and financial aid is available. Last year I really struggled with isolation and it led to somewhat of a panic disorder and extreme anxiety. So at the time I did use BetterHelp and had a therapist to help set up habits and structures and strategies for me to use when I was feeling this way. To start you fill a questionnaire to assess your specific needs and get you communicating with a therapist in less than 48 hours. BetterHelp offers phone, video and even live chat sessions with your therapist. You can log into your account anytime and send over a message and get timely and thoughtful responses. And also you can schedule your weekly sessions with your therapist. It's not a crisis line, it's not self-help, it's professional therapy done securely online. There is a broad range of expertise in BetterHelp's 15,000 plus therapist network which may not be available in your local area. If the therapist isn't a good fit you can request to change your therapist at no additional charge. You can get 10% off your first month using the link in my description at betterhelp.com slash Anja and join over one million people looking after their mental health with the help of an experienced professional. Schön, jetzt spreche ich wieder deutsch. Hallo, sie übt, sie übt, ich weiß nicht, sie übt deutsch. Eins, zwei, drei, vier, achtzehn, neunzehn, zwei, drei. Das ist sehr gut. Oh, die sind die schönste Blumen. Wir würden die in mein Tagbuch... Ich weiß es nicht, was das Wort ist. Halt es fest, die Katrin. Okay. Und jetzt rein. Ne, 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 ne. Wo habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht, warum du das gemacht hast. Oh, ich bin doch. Kannst du es noch hinnehmen und... Ja, ich weiß nicht, was nicht zu tun. Sehr schön. Das sieht so schön aus. Oh, ich war das. Was war das? Das war mein Doodles von einem Mann, das sich einen Crush hat. Ich singe mein Lied. Anja und Lia sind so fleißig. Wir machen unsere Arbeit. Lia macht ein Thumbnail. Und ich schneide ein Video. Wir sind Girlboss. Gekiep. Gaslight. Gaslight. Wie heißt Gaslight auf Deutsch? Das will ich wissen. Gaslight? Gaslicht. Gaslicht. Ich gucke mal. Gaslicht. Stimmt. Ja? Ja. Wow. Gekiep, ist das ein nur englisches Wort? Der Pfot, ne. Das ist schwer. Es ist sehr gut, dass Lia hier wohnt, weil sie kann kochen. Du kannst auch. Ich kann nicht. Ja. Es ist sehr einfach. Und du? Du schaust zu mir, dass es ist einfach unmöglich zu essen machen. Ja. Letzter Teig. Ja. Ich kuchen nur die Essen einfach. Das ist das Wichtigste. Ja. Wir müssen nur machen, was wir können. Es muss nicht schwer sein. Schnell. Einfach. Schnell. Gesund. Lecker. Okay. Billig. Wie kann ich helfen? Soll ich etwas schneiden? Schneiden? Was ist schnell? Ja, ich habe schneiden. Soll ich auch schneiden? Ich habe schneiden. Ich finde es lustig, wenn wir Deutsch sprechen. Wir sprechen irgendwie wie Kinder. Wir sprechen Kinder in Englisch auch. Ja. Ja. Es macht mir Spaß. Käse. Gabel. Gabel, Gabel. Wunderbar. Sollen wir anfangen? Ja. Oh, heiß. Was? Ich habe Kucke. Es ist nicht Kucke. Ja. Ich hoffe, das hilft. Ja. Oh nein. Scheiße. Jetzt will ich schlafen für ein bisschen. Vielleicht eine Stunde. Hoffentlich nicht mehr. Sonst bin ich sehr, sehr, sehr müde für den ganzen Tag. Mittagsschlafzeit. Schlafi, schlafi, schlafi. Oh, es ist so schwer zu leben. Ich habe ein bisschen zu viel geschaffen. Aber jetzt gehe ich zu einer Freunde sehen. Lia ist schon da. Es ist fast dunkel. Ich muss gehen. Ich bin schon spät. Tschüssi, Emil. Es ist so cool. Und war ich. Aber mein Gott. Mein Herz ist perfect. Und wie heißt das auf Deutsch? Das? Ja. Soft blue. Soft blue cheese. Ja. Das ist für dich. Das ist für dich. Und das ist ein Löffel. Ich hoffe nicht realisiert, dass wir hier sind. Und es ist sehr schön zufrieden hier sein. Es ist krass. Leben. Funktioniert. Funktioniert. Und es ist verändert. Und du kannst wieder und wieder in dem gleichen Ort sein. Aber alles ist anders. Alles ist anders. Das erste Mal, dass ich hier war, war ich mit meiner Klasse. Wenn ich 17 Jahre alt war, konnte ich gar kein Deutsch sprechen. Ich hatte keine Ahnung, wo mein Leben geht. Wieso? Ich weiß es nicht. Und jetzt, das zweite Mal war ich hier mit meinem Ex-Freund. Und jetzt bin ich wieder hier mit euch. Meine neuen Freunde. Und das Leben ist so krass, wie es funktioniert. Und das ist schön. Einfach schön. Ming ist schön. Glaschi. Dankeschön.